Francais, Espanol, Deutsch, Portugais, BR, Englisch, UK, Portugais, BR, Deutsch. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu Helm Divers 2 mit eurem Karl Kuczynski und mit Wazili. Wazili. Wir tun ein bisschen Diven heute. Über Erde. Über Erde. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Hier. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Maschallah. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Oh shit. Nein. Süße Freiheit. Nooo. Fuck. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Maschallah, Digga. Werden Sie ein Helldiver. Oh yeah. Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Helldiver. Yeah. Willkommen zum Helldiver-Training. Sie sind offenbar bereit für unseren realistischen Schlachtfeld-Simulator. Yes. Jetzt wird ernst. Oha. Okay. Aktivieren Sie jetzt den Verletzungssimulator. Ja. Verletzungssimulator aktiviert. Oh shit. Ich find's ein bisschen geil, wie sie röchelt. Mach mir ein bisschen an. Halt die Steuerung, um das Taktik-Menü zu öffnen. Orbital-Präzisionsschlag. So, und ruf. Oh shit. Da ist das Teil. Ich hab mal eine Frage an das Spiel. Bitte gern mal was in Erfahrung bringen. Ich hab's, glaub ich hab's kaputt gemacht. Ich glaub ich hab's Spiel kaputt gemacht. Nun. Ja, hält aber es zwei. Hengst der Zerstörung. Was hast du genommen? Hengst des Volkes. Ich bin Hengst der Zerstörung, Digga. Moin. Hey, nein, au, au. Es gibt Friendly Fire. Es sind die Leute. Wir sollen vermeiden, die abzuknallen. Ja, gut. Wir müssen uns immer weiter zurückziehen, wie unsere V-Haut, Alter. V-Haut? Ja, V-Haut. Können wir nicht hier Verstärkung anfordern? Brauchen wir... Du bist ein Feierbeschütze. Lass mal den Hengst hier was abfeuern. Ich brauche den Hengst der Zerstörung. Mayday, Mayday. Das ist viel zu schwer, Alter. Hätt ich mir nicht vorbereiten können. Ich hab keine Mönch, die haben. Warte mal, ich versuche Verstärkung zu rufen. Ah, eliminiert. Also, der ist ja viel zu schwer. What? Wir müssen 30 Leute darüber bringen. Wir haben einen von 30. Ja, wir haben die anderen vier auch abgekalt. Wo bist du eigentlich? Wer ist er denn? Ich bin voll tot, Digga. Jungen, wann hört das auf? Ich bin ja schon ein kasser Gamer, aber es kommen halt immer wieder neue. Boom. Hier können wir interagieren drücken. Guck mal, hier, da kommt sie raus. Wenn hier alle aufgeschnitzelt, werden alle geschnitzelt. Aber das schaffen wir, das schaffen wir. Wir schaffen das. Jetzt wissen wir, wie das Spiel funktioniert. Wir haben es verstanden. Komm, drauf. Das ist unfair. Not like this. Durch nochmal drauf, wenn es geht. Ja, ja, I try, I try, I try. Ah, das hat Cooldown oder so. Lauf, 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 lauf. Ja! Das wird so knapp. Ist das spannend jetzt hier, direkt die erste Mission. Aber es kommen jetzt auf jeden Fall nochmal drei oder so. Ich mache einen Orbitalschlag, Digga. Oh, ich habe Übelts aufs Maul bekommen. Oh, ist das spannend. Lass das noch klappen. Mein Gott, das ist so spannend. Wie leer? Es kommen jetzt nämlich wieder drei. Die müssen alle durchkommen, weil das haben... Es kommen irgendwie nie alle durch. Die kommen gerade, die kommen gerade. Okay, okay, okay. Ich habe schon 150 Leute getötet. Die laufen zu langsam. Move your ass, bitches. Jetzt kann ich wieder abgedrückt. Boah, das wird so close. Das wird übelst laut. Ich glaube, es könnte ganz knapp nicht reichen. Lasst ein Like da, wenn euch das gefällt. Arme da! Ist nur einer durchgegangen, ne? Ja. Ja, das war's, ich habe ja noch 30 Sekunden. Ja, wenn wir nicht die erste Viertelstunde was anderes gemacht hätten. Ja, ist natürlich scheiße gelaufen jetzt. Aber wir haben... Also, wir haben jetzt... Hast du noch... Du kleiner... Oh, warte mal, du kannst dich extranken jetzt. Sie wärst mit einem schönen, hacken Freiheit. Boah, ekelhaft. Wir versuchen das gleiche nochmal, okay? Aber jetzt ordentlich, ja. Okay, die sind anders aus als letztes Mal. Die sind krasser als letztes Mal. Äh, ich... Äh, okay. What the fuck? Warum sind das so krasse Barbos gewesen? Warum sind die so Kaulquappen? Nee, wie heißen die? Fische. Mann, wie heißen die? Motten. Knallen. Jo, die sind übel sick. Weg, mach die Kombination, ich bin tot. Junge, die hat 10 Gewerke in der Hand. Und was ist das denn? Schau. Ich hab gar keine... Ich hab keine Chance. Ich hab keine Chance. Was ist passiert? Was ist in den letzten 2 Minuten passiert? Ich hab keine Ruhe. Es ist schon wieder... Wir sind schon wieder 5 Minuten rum. Ja, scheiß auf euch, Digga. Ich komm schon wieder. Okay, moin. Ich weiß gar nicht, wie wir sich hier klappmachen sollen. Junge, es ist so unfair. Es ist so unfair. Oh, nee, ich komm grad wieder. Bitte orbital stark. Ach, du hast es auch grad gemacht. Ja, locker. Alter, Double Penetration. Valamogulis. Wir müssen jetzt mal... Wir haben noch 7 Minuten. Wir sind schon wieder so spät dran. Digga, es ist so voll im Laden. Ja, okay. Ja, genau. Ja, ja, ja. Es gibt doch einfach ein Maschinengewehr, Mann. Die standen nicht im Skript einfach. Diese komischen Roboter-Männer hier. Ja, da kommen wir halt nochmal. Ja, jetzt kommt. Er schießt einfach Raketen. Die schießen Raketen. Die haben doch komplett die Pfanne heiß. Die was haben die? Die Pfanne haben die heiß. Oh, leg mich im Arsch, ey. Das ist doch einfach scheiße. Ich bin so sauer auf das Spiel gerade. Ich verliere so viel Blut. Ich verliere so viel Blut. Und ich war rum. Ich bin tot. Das ist jung gescheitert. Hier wollen wir eine Lightroom-Summe spielen. Ich drück direkt auf den Knopf drauf. Die ersten sind free. Scheiß drauf. Ja, das sind Normale. Nein, die haben auch wieder Captain Jack dabei. Nee, ist das geil. Tritt auf den Knopf. Ah, easy, Digga. Guck mal, wir haben schon neun. Hä, wie einfach. Was haben wir in dem Fall ein Problem? Äh, Rettungsmission. Auf Level 1 ist voll schwer, Digga. Holst du die Leute, oder was? Natürlich, da kommt von hinten wieder Roboter. Du musst nachladen. Bin tot. Ich kriege ein Backpfeil mit der Zeit. Der eine wurde zersplattert mit der Zeit, Digga. Irgendwas, was machst du? Nein! Ich verspann dir so vorbei, ich stehe gleich. Digga, du hast mich fast getötet, Bruder. Deckungsfeuer. Jo. Oh shit, oh shit. Ich bin verbrannt. Wir müssen erstmal hier Atombom entzünden, glaube ich. Nee, ich komme. Boom. Willst du mich gerade in die Luft hier? Du hast mich gerade nicht... Weißt du, du bist aufgespießt! Oh, Digga. Aber wir sind bei 19 von 30. Wir schaffen das. Focus on the mission. Wir müssen die Leute mit eskortieren. Digga, außer... Mann, was ist denn eine Explosion denn? Mir platzt euch der Arsch, ey. Junge, Alter, das sind immer... Jetzt hat der wieder einen RPG. Ich kotze mir die... Entschuldigung. Okay, Alter, was passiert hier? Wir müssen nur acht Slots füllen. Boom. Oh, stark. Digga, was? Wie viel Leben die haben? Einer ist eben durchgekommen. Ich verkaufe. Sie sind da unten, unten. Die mussten platt machen. Du hast nur nichts um. Oh, der war auch nicht kalt. Vorsicht. Da knallt's ein. Ja, scheiße auf die Menschen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Ich glaube an uns. Nice. Ich gehe direkt Knopfdrücken, wenn's geht. Alter. Keine Dings mehr. Nieser Hit bin ich von Daumen. Verstärkung 1, 40. Eine Minute. Oh mein Gott, wir haben nur eine Minute. Wir haben's fast geschafft. Ja, jetzt werden alle sagen, ja, ihr seid ja auch Level 1. Kein Wunder, dass ihr das nicht schafft. Aber es ist doch eine geile Challenge. Das ist unsere erste Mission, die wir machen. Wir gehen hier direkt auf Schwer, Junge. Da steht jetzt leicht dran. Vielleicht bringt das was. Ja, hier gibt's mehrere Knöpfe. Da gab's das bei dem anderen auch. Ich glaube auch, ja. Okay, ich suche nochmal den anderen Knopf. Oder we made it. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Oh, jetzt schon? Klar, immer. Digga, warum denn da hin? Okay, ich drück hier oben drauf wieder. Noch mal ein paar mehr. Das ist jetzt wirklich deutlich, deutlich einfacher als das, was wir eben hatten. Ich hefft deinen Scheiß drüber, ne? Ich hefft deinen Scheiß drüber, ne? Aua, aua. Okay, vier noch. Ruf hier oben nochmal weiter. Oh shit, vier Stück brauchen wir noch. Komm, ich drücke hier nochmal drauf. Ja, hier kommt der durch. Zwei sind durch, zwei fehlen noch. Jawoll. Ja, das war's. Jetzt müssen wir noch evakuiert werden. GG, alter. Von zwei Minuten. Die Mocke ballert aber in meine Ohrmuschel, Digi. Oh shit, hier kommt es richtig leer bei mir. Genau, in Achtung. Hä? Okay, ja gut. Extraction, Sanctuary. Hinten alle aufmachen, den Laden. Pass auf, keine Ahnung hinter dir. Hinter mir? Oh, der boxt nicht um. Der boxt nicht um. Magazin leer. Letztes Nachladen. Ankunftszeit T minus 10 Sekunden. 10 Sekunden. Chill hier halt ein bisschen rein. Ja, ja. Pass auf, dass das von dem Ding nicht abgefuckt wird. Helikan Heinz am Zielort angekommen. Aaaaaaah. Nö, dann hat er jetzt. Helikan Heinz macht sich zur Landung bereit. Okay, okay, okay. Aufflucht euch, vom Leben her. Ich bin tot. I know, ich scheiß auf dich. Ich vermiss mich jetzt. Jawohl! Evakuierung 4 geschlagen bei Vasteli. Wie ist das passiert? Ja, das war eine Runde Helldivers, Leute. Lasst ein Abo da. Ja, das war eine Runde Helldivers.